ja moin wunderschönen guten morgen so diese schönen teile habe ich gerade bei postenhandel nord gekauft entschuldigt bitte die hintergrundgeräusche ich bin in der autobahn das will ich jetzt mal für euch zünden aber erst zeige ich euch diesen schönen anblick am morgen so da geht die sonne auf am heutigen 28 dezember unser lieblingstag des jahres für dieses jahr verkaufstag ja da wollen wir uns diese schönen teile mal auspacken und mal testen ja ich würde sagen wir zünden zwei stück fangen wir mal an ziemlich lange lunte finde ich geil ziemlich lange lunte tut das mal an ok geht so also für klasse 1 ganz nice vielleicht erwarte ich auch zu viel weil da zwei gramm drin sein sollen also ist ganz nice im gegensatz zu normalen crackling bellen aber ja sag ich jetzt ungern ich hatte eigentlich ein bisschen mehr erwartet ja aber ansonsten so ganz nett so für klasse 1 alles klar wir wollten es ja auch nur testen man kann ja auch nicht immer das absolute oberding erwarten das geht ja nunmehr nicht aber ich wünsche euch trotzdem noch viel erfolg bei den einkäufen und ich hoffe euch hat das video gefallen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal